Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Diesmal schauen wir uns an, wie man in der Parkbox korrigiert, wenn du vielleicht das Fahrzeug nicht richtig hingestellt hast. Es kommt immer mal vor, dass man den Punkt nicht richtig trifft beim Reinfahren. Und wie du dich halt richtig hinstellst, ohne großartige Arbeit dabei zu haben, das werde ich dir heute zeigen. Hallo, ich bin Erik, bin Fahrlehrer seit über 20 Jahren und ich möchte dir bei deinem Führerschein helfen. Los geht's! So, nur mal angenommen, du hast in der Prüfung den ersten Punkt, oder auch normal beim Parken, den ersten Punkt nicht genau getroffen und fährst halt in die Parkbox rein und das erste Mal bist du viel zu dicht an dem Fahrzeug dran. Jetzt musst du natürlich schauen, dass wir möglichst wenig Arbeit dadurch haben. Das ist relativ einfach. Wichtig ist immer der Bezugspunkt in Höhe deiner Schulter des Fahrzeugs. Das heißt, wir müssen die Fahrertür, beziehungsweise die Beifahrertür, eine Raste aufbekommen. Jetzt mache ich das mal hier auf der Fahrertür. Das heißt, jede Tür hat so eine Raste und da ist sie dann arretiert. Das heißt, so weit müssen wir die Tür aufkriegen, um dann auch vernünftig ein- und aussteigen zu können oder auch die anderen, neben denen wir parken, dass die dann vernünftig ein- und aussteigen. Das heißt, so viel Abstand müssen wir haben. Jetzt sind wir so ungefähr, naja, sagen wir mal 30, 40 Zentimeter weg. Das ist zu wenig. Da kommt niemand rein und raus. Das heißt, es ist auch nicht die Verpflichtung, dass wir über das Auto hüpfen. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt schauen, wie kommen wir möglichst, ja, dass wir halt nur noch diesen Abstand haben, den wir brauchen, so weit rüber, ohne viel Arbeit zu haben. Das heißt, wir müssen natürlich beim, wir müssen logischerweise wieder rausfahren. Ihr lenkt das Lenkrad eine halbe Umdrehung nach links und wie gesagt, Bezugspunkt ist Höhe eurer Schulter, weil da geht dann auch die Tür auf und diesen Abstand, den müsst ihr dann halt sozusagen euch merken. Ich blende euch das gleich nochmal ein und ich werde hinterher auch nochmal ein Video von draußen machen, wie man das dann genau erkennt. Also, ich schaue natürlich, wie gesagt, halbe Umdrehung eingelenkt und fahre so weit vor, bis halt der Abstand an diesem Punkt so weit in Ordnung ist, wie ich später stehen möchte. Die Autos sind natürlich nicht ewig lang, das heißt, manchmal muss man so ein bisschen umdenken. Wenn ich dann meinen Punkt habe, lenke ich wieder gerade und dann eine Umdrehung in die andere Richtung und fahre dann so weit vor, bis das Auto parallel wieder steht, also wieder in einer Linie. Dann lenke ich wieder gerade, sicher nochmal nach hinten ab, schaue, ob alles passt und rolle dann langsam rückwärts rein und dann werdet ihr gleich sehen, wird der Abstand optimal sein. Ihr könnt die Kamera nehmen zum rückwärts fahren, müsst natürlich trotzdem immer mal nach hinten schauen, damit ihr wirklich auch korrekt dann am Ende steht. Genau. So war es jetzt, wenn wir zu dicht dran sind. Jetzt werden wir das mal machen, wenn wir viel zu weit weg sind. Dann müssen wir natürlich dann dichter ran als Auto. Es kann natürlich genauso passieren, dass ihr viel zu weit weg seid. Das heißt, ihr habt vorne rein zu wenig Abstand zu dem Auto gehabt, neben dem ihr parken wollt. Das ist aber auch nicht schlimm. Dann machen wir effektiv genau das Gleiche. Diesmal müssen wir halt nicht weg, sondern halt dahin. Diesmal lenkt ihr, logischerweise im ersten Gang, lenkt ihr eine halbe Umdrehung nach rechts und fahrt jetzt so weit vor, so dicht, wie ihr nachher stehen wollt. Wie gesagt, wieder Anhaltspunkt in Höhe eurer Schulter. Das ist immer der Punkt, den ihr dann halt auch genau im Auge behalten müsst auf jeden Fall. Trotzdem Querverkehr in diesem Fall. Schauen, dass das passt. Also wirklich erst rausfahren, wenn alles leer ist. Jetzt kam dann noch jemand um die Ecke. Dann müsst ihr natürlich wieder anhalten. Logischerweise, dann dürft ihr nicht weiterfahren. Und dann fahrt ihr so weit vor, wie ihr nachher dann stehen wollt. Wie gesagt, dann müsst ihr dann so ein bisschen einschätzen lernen. Manchmal sind die Fahrzeuge ein bisschen länger. Manchmal habt ihr auch nicht so viel Abstand, dann passt das. Wie gesagt, dann wieder so weit nach vorne fahren, wie es notwendig ist. Genau, dann lenkt ihr wieder ein. Also wieder gerade, logischerweise. Rückwärtsgang nochmal absichern. Und dann fahrt ihr wieder rein in das Ganze. So wie ihr vorher auch gestanden habt. Ihr habt dann entweder die Kamera oder aber den Blick nach hinten. Je nachdem, was euer Fahrzeug hat. Beim rückwärts in die Box einparken, könnt ihr nicht immer nach den Sensoren fahren. Das heißt, wenn hinten jetzt nichts ist, was euch dann sagt, dass da zu Ende ist, dann könnt ihr die hinteren Sensoren nicht nutzen. Also da müsst ihr wirklich entweder über den Außenspiegel fahren und gucken, wo da denn der Bordstein ist. Oder halt hinten aus dem Fenster schauen und dann halt gucken, okay, bis dahin geht es dann. Also da müsst ihr ein bisschen abschätzen. Wenn ihr eine Kamera habt, ist es natürlich schön. Wenn ihr die nicht habt, mit den Sensoren könnt ihr beim Boxparken quasi nichts anfangen. So, in diesem Fall sind wir halt so dicht dran. Ihr seht das Ganze ja. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir davon wegkommen. Wie gesagt, halbe Umdrehung nach links anlenken. Wir müssen hier weg. Höhe eurer Schulter ist der Anhaltspunkt. Das heißt, ihr zieht jetzt so weit vor, wie es notwendig ist. Dann haltet ihr wieder an. Wie gesagt, die Tür muss man eine Raste aufbekommen. Dann lenkt ihr wieder gerade. Eine halbe Umdrehung nach rechts. Zieht so weit vor, bis ihr halt wieder parallel zu dem Fahrzeug steht. Haltet wieder an. In diesem Fall seht ihr, ich stehe auf der Linie. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben uns an dem Fahrzeug orientiert. Es geht auch in der Prüfung danach darum, dass ihr euch wirklich an dem Fahrzeug orientiert. Und wenn der Mist parkt, dann könnt ihr hier nichts führen. Deswegen, also das ist dann kein Problem. Sondern wie gesagt, so weit nach hinten, wie es notwendig ist. So, dann zeige ich euch jetzt, wenn ich aussteige, wie viel Abstand da jetzt wirklich ist. Ob das dann passt oder nicht. In diesem Fall seht ihr, wir sind viel zu weit weg. Und da müssen wir jetzt natürlich wieder rüberfahren. Also effektiv das Gleiche. Wichtig ist, absichern, gucken, wenn ihr rausfahrt. Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, dass wir Querverkehr haben können. Wie gesagt, dann so weit rüber, wie es notwendig ist. Da müsst ihr noch ein bisschen abschätzen lernen. Dann halt wieder gerade, eine halbe Umdrehung nach links. Dann fahrt ihr so weit vor, wie es halt notwendig ist. So, jetzt müssen wir parallel stehen. Man kann sich so ein bisschen an den Linien orientieren, die dann noch da sind, durch das Gepflasterte. Wichtig ist halt immer absichern. Und dann fahren wir so weit, wie es notwendig ist. Nach hinten. So, dann halte ich wieder an und schauen wir nochmal, ob das mit dem Abstand passt. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen. Ich hoffe, das macht das Ganze für dich so ein bisschen einfacher. Hab keine Angst, wenn du dich vertan hast. In der Prüfung hast du zwei Korrekturzüge. Das kriegst du immer hin. Wie gesagt, es ist nicht viel, was man dann korrigieren muss. Lerne damit umzugehen. Also, wie gesagt, es ist nicht schlimm. Es ist kein Fehler, wenn ihr nicht korrekt steht. Ihr müsst dann nur schauen, wo muss ich hin. Muss ich rüber oder muss ich weg? Wie gesagt, lenkt so wenig wie notwendig. Fahrt auch nur so wenig wie notwendig. Notfalls könnt ihr beim Reinfahren immer noch ein klein bisschen nachkorrigieren. Das ist nicht weiter wild. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß in der Ausbildung und natürlich auch viel Erfolg in der Prüfung. Und bis zum nächsten Mal.